Es ist schon ein Monat her, als ich das Video zu 5 Fußballvereinen, die nach echten Personen benannt sind, hochgeladen habe. Dieses Video kam bei euch sehr gut an, sodass ich euch einen Teil 2 schulde. In diesem geht es jedoch nicht mehr um Fußballvereine, die mit dem Namen einer echten Person versehen wurden, sondern um 5 Fußballclubs, die nach einem Fußballspieler benannt wurden. Los geht's! Nummer 5, FC Förderkader René Schneider Der FC Förderkader René Schneider ist ein Amateurfußballverein aus der Hansestadt Rostock. Der Verein wurde 2007 vom ehemaligen Profifußballspieler René Schneider gegründet und spielt aktuell in der MV Verbandsliga, der sechshöchsten Spielklasse im deutschen Fußball und belegt dort aktuell den 11. Platz. Der Gründer und Namensgeber des Vereins René Schneider war ein aus Ostdeutschland stammender Abwehrspieler und spielte unter anderem beim 1. FC Magdeburg, FC Hansa Rostock, aber auch bei Borussia Dortmund, wo er 1997 Champs-Sieg und Weltpokalsieger mit den Schwarz-Gelben wurde. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft bestritt er im Dezember 1995 gegen Südafrika sein erstes Länderspiel und gewann ohne Einsatz die Fußball-Europameisterschaft 1996. Seit 2003 betreibt der gebürtige Schweriner seine eigene Fußballschule und gründete darauf 2007 sogar einen eigenen Fußballverein namens FC Förderkader René Schneider. Dieser Verein dient zum Zweck, Nachwuchsspieler der Fußballschule René Schneider Praxiserfahrung zu geben und so die Ausbildung zu verbessern. Dabei soll der Übergang der Spieler in den Profifußball erleichtert werden und dazu soll auch noch die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Fußballs langfristig gesichert werden. Neben Jugendmannschaften von U17 bis U19 bis hin zur 1. und 2. Herrenmannschaft gibt es auch noch Altherrenmannschaften wie U35, U40 oder sogar U50. Nummer 4. FK Akademia Pandev Der FK Akademia Pandev ist ein nordmazedonischer Fußballverein aus Trumica. Der Verein wurde 2010 vom ehemaligen mazedonischen Nationalspieler Goran Pandev gegründet und gehört aktuell zu den Top-Clubs im Land. Namensgeber und Eigentümer dieses Klubs ist Goran Pandev, der bis 2022 noch als Spieler aktiv war. Pandev stand schon für Vereine wie Inter Mailand, Lazio Rom, Esses in Japel und auch Galatasaray Istanbul auf den Platz und ist mit 38 Toren aus 122 Länderspielen der beste nordmazedonischer Fußballspieler aller Zeiten. Während seiner Zeit bei Inter erschuf er 2010 eine Jugendfußballakademie namens Akademia Pandev, sondern auch einen Fußballverein. 2017-18 spielte der Verein erstmals in der höchsten nordmazedonischen Spielklasse und wurde 2021-2022 Vizemeister und 2018-19 gewann man sogar den Pokal. International nahm die Pandev Akademie zweimal teil, aber schaltete jeweils in der Qualifikation. Funfact am Rande. Zwar hat Goran Pandev selbst nie bei Akademia gespielt, aber dafür ist sein ein paar Jahre jüngerer Bruder, Sasko Pandev, Mannschaftskapitän des Vereins. Nummer 3. Neu-Chartel Samax Der Neu-Chartel Samax ist ein professioneller Fußballverein, der aktuell in der zweithöchsten Schweizer Fußballliga spielt. Die Ursprünge des Vereins starteten 1910, als Studenten des College Latin in Neu-Chartel begannen, in der Region Fußballspiele zu organisieren. Diese gründeten 1912 einen eigenen Fußballverein, der heute als Neu-Chartel Samax bekannt ist. Zu Beginn der Vereinsgründung hieß der Klub noch anders und der Zusatz Samax kam erst später hinzu. Von 1918 bis 1919 spiel der Schweizer Nationalspieler Max Obeglen beim Erzrivalen FC Kun-2-0 Neu-Chartel. Dieser Spieler galt zu seiner Zeit als der beste Spieler seiner Generation und ist heute noch mit seinen insgesamt 32 Länderspiel-Toren der dritterfolgreichste Torschütze der Schweizer Nationalmannschaft. Während seiner aktiven Zeit als Spieler war er auch an der Entstehung des Fußballvereins FC Samax beteiligt. Zu Ehren seiner Person wurden sein Spitzname Sam und sein Vorname Max als Palidrom Samax im Klubnam verewigt. Max Sam Abeglen starb im August 1970 im Alter von 63 Jahren und der Verein wurde Stand heute zweimal Schweizer Meister und spielte auch mal international. Nummer 2 Pelé FC Der Pelé Football Club ist ein Fußballverein aus Guayana und spielt aktuell in der höchsten Spielklasse des Landes. Der Verein wurde 1971 gegründet und trägt den Namen der brasilianischen Fußballlegende Pelé. Dieser hatte im Juli desselben Jahres seinen Rücktritt in der Nationalmannschaft Brasiliens bekannt gegeben. Um Pelé als Spieler zu ehren, kam der guayanische Fußballstar Lennox Arthur auf die Idee, einen örtlichen Fußballverein in Albuistown nach König Pelé zu benennen. Der Verein wurde Stand jetzt zweimal Vizemeister und dreimal Pokalsieger in Guayana. Zusätzlich spielte man auch für eine kurze Zeit international. Kommen wir zu unserer Nummer 1. Aber bevor wir das tun, gibt es ein paar lobenswerte Erwähnungen. Die in Südafrika spielenden Kaiserskis wurden nach Kaisa Mutong, einem ehemaligen südafrikanischen Fußballspieler, benannt. Dieser Spieler ist nicht nur Namsgeber des Vereins, sondern auch dessen Gründer. Aber mehr über ihn und seinen Klub findet ihr in Teil 1. Sonst habe ich noch den Verein Samuel Eto'o Academy auf transfermarkt.de gefunden. Aber bis auf, dass dieser aus Kamerun stammt und am 20.07.2018 gegründet wurde, gibt es keine weiteren genaueren Informationen. Fun Fact, bis zu meinem 13. Lebensjahr dachte ich, der FC Arsenal wäre nach Asenwenger benannt worden, weil er so lange Trainer beim Verein war und, keine Ahnung, ich war 13. Nummer 1. Puskas Akademia FC Ferenc Puskas Lapdarugu Akademia, meist nur Puskas Akademia genannt, ist ein ungarischer Fußballverein aus Feldschut, einem Dorf mit 1688 Einwohnern. Gegründet wurde der Verein 2005, um als Jugendmannschaft des FC Feheva, Akavidioton FC, Akamol Vidi FC, Akamol Feheva FC, Akamol Hör auf dich ständig umzubenennen, Feheva FC zu dienen. Zusätzlich wollte man mit der Gründung des Vereins den 2006 verstorbene ungarische Fußballlegende Ferenc Puskas Ehren. Der FC Akademia Puskas entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem selbstständigen Verein und stieg 2014-15 sogar in die erste ungarische Liga auf. Dort gehört der Verein zu den absoluten Titelfavoriten und wurde 2020-21 erstmals ungarischer Vizemeister. Ja Leute, das war's auch mit diesem Video. Wenn ihr eventuell noch einen dritten Teil haben wollt, dann schreibt gerne weitere Vereinsvorschläge in die Kommentare. Achtet aber bitte darauf, dass der von euch vorgeschlagene Verein nicht schon im ersten Teil dabei war. Zusätzlich sollte die Person auch tatsächlich existiert haben und keine Gottheit aus der griechischen Mythologie oder fiktive Figuren bei Star Wars oder Herr der Ringe und so weiter sein. Auch soll der Verein nicht den Namen eines Unternehmens tragen, wie Bayer, Opel oder Philips. Es sei denn, der vollständige Vor- und Nachname ist enthalten, wie Carl Zeichs im FC Carl Zeichs Jena. Folgt mir auf TikTok und auf Instagram, atnarolfootball, dort versuche ich immer jeden zu antworten. Und abonniert gerne meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wenn ihr wissen wollt, welche Vereine noch nach echten Personen benannt sind oder welche Toilter meiner Bundesliga ein Tor aus den Spiel heraus erzielen konnten, dann klickt hier in der Endcard. Das war's im Video, bis zum nächsten Mal und ciao! Das war's im Video, bis zum nächsten Mal.